Hallo Leute und Willkommen zurück zu The Walking Dead. Es geht weiter. Das wird jetzt echt eklig. Oh ja, mach's doch einfach. Also wenn sie das jetzt nicht macht, dann Pech für sie. Dann soll sie doch da draußen sterben. Was halt scheiße wäre, weil ich mag ihren Vater ja gerne und so. Ja, mach einfach. Keine Frage, ich hätte da auch Angst, ne? Aber dann schmiert man sich da mit eben ein. Oh ja, lock sie noch an. Halt die Klappe. Nerv mal nicht. Sie kommen. Ich dachte, du würdest rauskommen. Nicht, was das ist, was diese Scheiße ist. Ich habe es gemacht. Aber jetzt können wir gehen. Troy, du kannst mit uns kommen. Was? Na, wo würden wir gehen? Aus hier. Zusammen. Mann, du schmierst wirklich schlecht. Du musst ein Bad, bevor wir... Wow. Fieser Schuss. Haben die sich denn wirklich genug damit eingeschmiert? Ich erinnere mich noch, dass Clementine voll viel mit dem Gedärmen vollgekleistert war. Und die haben das jetzt so schnell und so kurz nur gemacht. Oder man hat es noch nicht gesehen. Ja, gut, gehen wir mal weiter. Oh Gott, die erschießen uns ja gleich noch. Können die uns denn unterscheiden? Warum eigentlich nicht laufen? Merken die das dann so schnell? Was soll ich denn sagen? Alles wird gut. Nein! 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 Sarah, shut up! Sarah, hast du... Shit. Shit. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Fuck, sie wurde gebissen. Und zwar richtig gebissen. Mist. Scheiße, alles läuft schief hier gerade. Ah! Rein theoretisch hätte ich ihre Hand abhacken müssen. Vielleicht kommt das ja noch. Sarahs Glasses... Sie wird jemanden getötet. Wenn ich gesagt habe, dass ich die Radio hatte, Carver nicht hätte so... 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 ... so... 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 ... 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 durchgemacht als wir in unserer normalen welt sage ich mal ist klar selbst wenn man erwachsen ist und und der vergleich aber trotzdem denke ich mir immer wenn es nicht gerade sein muss dann kann man kann man es ja auch lassen und kenny hat sich dazu entschieden gehabt cover noch mal richtig fertig zu machen und dann soll er das machen und er hatte halt auch einen guten grund dazu clementein auch aber nicht so wie kenny weil kenny wurde ja wirklich gefoltert und fertig gemacht mich denken halt immer das muss nicht sein sich das angucken ich meine ich weiß nicht ob das ein selbstwertgefühl an kenny gibt aber was bringt es halt clementein und dann ja ich habe gerade am ende gedacht also es ist ja wieder mal eine schnelle entscheidung gewesen natürlich müsste man direkt demjenigen helfen indem man einen arm abhackt aber ich dachte in der situation vielleicht kommt ja jetzt noch mal gucken vielleicht kommt ja noch die situation wo man das machen kann und ihr helfen kann aber ich dachte erst mal den den walker ausschalten vielleicht einfach aus dem grund weil so viele walker um uns herum gerade waren dass ich dachte ja der muss auch erstmal erledigt werden also selbst wenn der jetzt wenn die hand abwehr dann lebt er immer noch und kommt dann nach drei sekunden wieder auf einen zu also erstmal den walker erledigen um den arm kann man sich ja vielleicht immer noch kümmern wenn sarita ist nicht überlebt überlebt sie es halt nicht dann ist kenny voll traurig nehme ich mal an aber ich habe jetzt persönlich noch nicht so den bezug zu sarita aufgebaut gehabt ich schätze mal kenny zu ihr natürlich mehr als wir als zuschauer jetzt über wissen was zwischen den beiden alles schon passiert ist ja und die anderen entscheidungen ihr seht ja selber ich würde sagen wir setzen das ganze fort und gehen in die nächste episode wie gesagt ihr könnt mir immer gerne in die kommentare schreiben was ihr so von den entscheidungen haltet das sind ja auch alles immer so spontan entscheidungen ich habe nie lange zeit genauso wie andere leute groß darüber nachzudenken das kommt manchmal erst im nachhinein wo man so denkt okay hätte ich das doch vielleicht doch anders entschieden na egal was mir told bonnie about luke nö also nö das ist ja so eine 50 50 geschichte auch wieder gewesen ja okay bevor ich mich hier wieder verquatsche weil es ist ja auch immer sehr interessant nochmal im nachhinein darüber nachzudenken das kann man ja auch hinterher nochmal machen gehe ich in die nächste episode weil ich wissen will wie es weitergeht bis gleich ich Fucker. No! No! Stop me! Kenny! Kenny! Wenn du dich aufhörst, rub die Walker Guts all auf dich. Ich kann dir nicht von einem von einem. Du musst nur halten, und sicher, dass du gut bist. Geh weiter. Du musst das nicht sehen. Los geht's. Ich habe ihn nicht. Es ist nicht die Keny. Das ist nicht die Keny, ich weiß in dem. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Mal sehen Sie. Komm! Ich muss ruhig bleiben, ich muss gehen. Luke! Scheiße, nein! Immer noch dieselbe Kack-Situation. Na komm schon, Clementine, komm schon! Noch ein bisschen abgesichert, das ist gut. Wir müssen die anderen, wir müssen weitergehen, wir riechen immer noch wie Streuner. Nein, nein, nicht jetzt. Schaffst du es, ich werde bei dir bleiben, alles wird gut. Ja, bitte, bitte, bitte. Da, da. Oh, gut, dass sie da ist. Ich bleibe bei Rebecca und halb... Du sollst ja auch nicht laufen. Heben. Also ganz langsam. Rebecca, wie du läufst. Na komm schon. Wir sollten hier verschwinden, sag mir einfach, was zu tun ist. Ablenken. Wie denn? Wie? Hier! Hi! Ich würde nicht mal einen kalt, oder? Seid mir! Bleib nahe. Wenn du hinterher gehst, kann ich dir nicht zurückkommen. Das ist nur so wie bei Michonne, wenn sie ihre Walker bei sich hat. In der Serie, meine ich. Das ist schon recht praktisch. Gerade bei so einer Menge, wäre ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht draufgekommen. Okay, hat geklappt. Gut. Episode 4, inmitten der Ruinen. Das ist voll blöd, dass das mit dem Vater auch passiert ist. Von Sarah, das finde ich echt scheiße. Ich mochte den gerne. Und habe gar keine Lust mit Clementine jetzt immer Babysitter spielen zu müssen. Naja, mal gucken. Erstmal müssen die anderen wieder auftauchen, aber ich glaube schon, dass sie das geschafft haben. Solltest dich nicht überanstrengen, du musst durchhalten, ist alles okay. Ist alles okay? Nein, ich bin nicht okay. Aber ich werde viel besser sein, wenn wir mit den anderen kommen. Ich muss sicher, dass alle anderen es ausführen. Luke, Sarah, Kenny. Wir werden aufeinander aufpassen. Ich habe keinen Streuner gesehen. Wir schaffen das. Muss bestimmt anstrengend für sie sein. Muss bestimmt anstrengend für sie sein. Danke, Jane, haben wir es doch geschafft. Der Plan hat doch funktioniert. Wenn du das mal anstrengend hast, dann könnten wir... Ich weiß nicht. Der Plan hat funktioniert. Wir sind weg. Meistens. Schau. Ich weiß, dass einige von deinen Leuten es nicht gemacht haben. Aber Carver war verrückt. Staying, was nur die inevitable. Ich sage nur, dass wenn die Leute nicht panikamen, Dinge haben besser geworden. Natürlich. Wir panikamen. Wir waren schäuert. Der Plan war gut. Die Erfolge war das schäuere Teil. Das klingt ein wahnsinnig viel, wie du sagst, es war deren Fall. Was? Nein. Nein, das ist nicht, was ich sage. Nur... Ich muss stoppen. Ich bin sorry. Ich will nicht, dass wir uns runterladen. Kann ich nur eine Minute haben? Ja. Geh eine Minute. Danke. Ja, ich wette, die braucht eigentlich total Bettruhe und so. Und rennt hier aber ständig durch die Gegend. Es muss echt hart sein. Vielleicht kann Jane helfen. Kenny weiß, was du tun musst. Aber Elvin geht halt auch nicht mehr. Aber sie wird das gar nicht verarbeitet haben. Wir können es nicht aufgehen. Wir werden gemeinsam darauf aufpassen. Und die Zähne. Und, you know, andere Sachen. Wir schauen uns nachher. Together. Even wenn das ist die Sache, du kannst immer immer alle zu retten. Und du sagst, ich werde nicht so gut genug sein. Just weil du ein armen Loner, die nicht über jemanden, sondern sie selbst, kann man besser wissen, wie ich. Hey! Ich habe es gesehen. Back wenn es angefangen hat, ich und meine Schwester, wir... Jane, warte, es tut mir leid. Das Wetter meint das nicht so. Rebecca braucht einen sicheren Ort, wo sind die anderen? Wie geht es da, Rita? Ich habe dir gesagt, das ist, warum wir warten. Und sobald alle anderen hierher kommen, werden wir etwas herausfinden. Du wolltest, ohne uns zu gehen? Was? Nein. Ich wollte raus und versuchen, alle zu finden. Was will Kenny machen? Ich versuchte, zu sprechen, und er hat mich aufgelöst. Er hat angefangen, zu schreien. Schade. Ich weiß, er hat wahrscheinlich nicht das Wort. Aber es war schade. Scheiße, Mann. Jetzt ärgere ich mich, dass ich hier nicht direkt die Hand abgehackt habe. Kacke. Scheiße. Ich weiß nicht, es ist nicht schön, aber es ist besser als die Alternative. Kenny hat das schon mal durchgemacht. Lass mich zuerst mit ihm sprechen. Oh Mann, ich habe es verkackt. Ich habe es verbockt, oder? Scheiße. Wir müssen uns einen Plan überlegen. Es tut mir leid wenigstens, Herr Rita. Ich habe es gewonnen, dass wir uns das ganze Welt verletzt haben. Wir brauchen deine Hilfe, um ein Plan zu finden. Wir brauchen deine Hilfe, um ein Plan zu finden. Wir müssen dich auf und schauen, Clementine. Wir schauen, wie unser letzte Plan funktioniert. Es gibt keine Boat, oder eine Train, oder eine andere Bullshit aus diesem Plan. Du denkst nicht, dass du genug hast für heute schon gemacht hast? Wir wissen nicht weiter. Ich versuchte sie zu retten. Wir können nur die Leute töten und niemanden interessieren. Und weil du dich entschuldigst, es wird allmählich weggehen. Das ist nicht so funktioniert. Für die letzte Mal. Wir lassen uns alleine. Und sagen wir gut. Ich bin verrückt, nur hier zu sitzen und nicht zu tun. Es spielt keine Rolle, Kenny ist ein Arsch, Kenny ist ziemlich sauer auf mich. Kenny ist wirklich sauer auf mich. Clem, du kannst ihn nicht nur erwarten, dass er wieder zurückkommt. Das Mann ist durch. At least du versucht. Still, es hilft uns nicht genau zu helfen, was wir machen jetzt. Wir haben keine Essen, keine Wasser, es wird ganz kalt. Und wir verlieren Daylight fast. Wenn die anderen zurückkommen, sie wissen, was zu tun. Luke hat ein Plan. Ich dachte, Kenny hat ein Plan. Mike, Bonnie. Mike hat ein Punkt. Du kannst nicht einfach sitzen und warten. Dinge sind schwierig genug genug. Es ist nicht weiter, es ist nicht die anderen für ihn. Was, plötzlich bist du zufrieden, dass du dich beschäftigst? Verrückt dich, die Leute floundern, wenn die Dinge nicht so gut gehen, hat mich nur auf der Ebene. Rebecca braucht ein sicher, warmes Ort, um ihr Baby zu haben. Vielleicht sollten wir weitergehen und einen finden. Du kannst ein paar Minuten resten. Ich und Clem, wir schauen uns hin und zurück. Wir schauen uns, dass du bereitst, dass du bereitst, wenn wir hierher kommen. Wir schauen uns, dass du bereitst, wenn wir hierher kommen. Wir schauen uns, wenn du etwas falsch machst, wenn du hierher hast, hast du etwas zu schützen? Ich habe das. Du denkst nicht, dass ich... Ich weiß, aber besser halten. Komm schon, Clem.